Was glauben Sie, was die beste Lösung wäre für... Putin macht diese Lösung schon. Ich meine gut, dass Ukraine wieder gut wird. Ich meine, Putin sagt sehr gut und dann sage ich, Konflikt ist gut, Putin. Deswegen sage ich meine Meinung. Putin ist mein Präsident, was soll ich sagen? Weiter. Sie kommen woher? Ich komme aus Ukraine. Sie sagen Putin ist Ihr Präsident? Ja, Putin.